hallo und herzlich willkommen zu einer runde poly bridge. jo ich habe gesehen es gibt wieder neue runden. da gehen wir jetzt mal auf kampagne und schauen uns das alles an. also hier habe ich es geschafft. abhaken. die nächste. hier haben wir auch bei es geschafft. nächste. hier kam jetzt eine neue runde dazu. die müssen wir noch machen. hier kam eine runde dazu. und hier kam noch mal ein neues land dazu. also zwei neue länder. noch mal eine einzelne runde. ich würde sagen, dann fangen wir an mit dem snowdrift. starten war das ganze. okay wir müssen da rüber kommen. budget haben wir 15.000. wie ging das ganze nochmal? t war das? ja genau. machen wir mal ein kabel. okay. eine straße haben wir noch. das ist auch neu. soo. machen wir hier nochmal ein bisschen die dreiecke rein. ich brauche hier noch ein bisschen gewicht. noch mehr gewicht. jetzt ziehen wir es einfach nur lang. jetzt ziehen wir es einfach nur lang. ich gehe nicht lang zu ziehen. ja. ich brauche gewicht. mehr gewicht. nicht. ach mensch. das gibst du nicht. das klappt so nicht. das klappt so nicht. das problem ist. ich habe auch wirklich nur einen zum punkt wo ich mit anfangen kann. das klappt so nicht. so. holz. eh. falscher knopf. so. dann nehmen wir hier jetzt. stahl. Hydraulik Stahl Wie mache ich das? Ich habe keine Ahnung Keine Ahnung Wie mache ich das nur mit einem Punkt? 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 So Stahl Machen wir mal kurz auf Ach, Menno Machen wir mal kurz auf Wie mache ich das nur mit einem Punkt? Musik Wie kann ich das machen? Kabel Kabel ist die Fünfte Sogar Fünfe fallen runter Musik 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 Ich habe keine Idee, wie ich das schaffen kann Musik 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 parishional Musik Musik Okay, push. Oh, oh my gosh. Nein, keine Straße. Jetzt fällt das durch. Warum rutscht der Stahlträger da durch? Ich kann da nicht durchfallen. Nein, das gibt es doch nicht. Och Menno. Jetzt rutscht er durch. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Das ist doch schön. Nice. Nice, nice, nice. Hört mir nur zwei Sorbischen Golds. Ich kann vielleicht hier nochmal weg. Okay. Okay. Überm Budget. Okay. Okay. Das bringt jetzt hier glaube ich gar nichts. Ah, jetzt bricht der Stahlträger. Okay. 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 Aber, wir sind schonmal ein bisschen weiter gekommen. Ich denke mal so in der Art müssen wir es auch fertig machen. Na gut. Einer schon mal drüben. Hey. Was nennt ich denn Erfolg? Und der fährt jetzt voll rüber, der fliegt, vielleicht auch nicht, so, wo ist er gebrochen? Ok, da und da bricht er. Musik 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 Jetzt kommt doch nicht mal, dass eine auto rüber. Das kann doch nicht wahr sein. Musik Ich denke, 1950 betätigt wird, bricht sowieso die brücke, ich würde mal sagen an dieser stelle herum. Musik Ich probiere zu hoch zu drücken. Hier und da ist es befestigt. Ne ist es gar nicht. Ach mal schauen. Der hat ja gar keinen festen Punkt. Ach nee ey. Nee ey. So jetzt? Jetzt aber. Come on. What are you doing? Oh, die Brücke nicht verschieben. Wie sich das sollte noch weiter drehen. Wie ne Schaukel. Ach ja. Ey, was macht der denn da? Der bleibt doch nicht so hängen. Haha. Ist das Spiel spaßig. Spasig. Wie soll man das mit 15.000 schaffen? Das geht doch gar nicht. Das geht doch nicht so hängen. So. Ich muss da. Warte mal. Den löschen und wir knallen einfach den Stahlträger rein. ganz einfach. Jetzt bricht er weiter um. Dann knallen wir hier jetzt auch noch den Stahlträger rein. Ja egal. Jetzt bricht er da um. Sieht das sich jetzt die ganze Zeit so weit oder was? Jetzt müsste er da brechen, wa? Das sieht aber schon mal gut aus. Es bricht dann nur noch da. Cool. Jetzt bricht er jetzt so. Ach Menno. Aber jetzt komm her. Das tut ja immer schlimmer irgendwie. Und er zieht die Brücke zusammen. Das sollte auseinander gehen. Aber schon mal nicht ganz so schlecht. Was macht er das jetzt? Kommt er auch noch rüber? Nee. Ich glaub so könnte ich hier einige Punkte löschen. Einige Holzpunkte sag ich jetzt mal. So muss ich sogar einige Holzpunkte löschen, damit ich unterm Budget komme. Machen wir mal wieder Crud rein. Oh die Straße. So. Jetzt machen wir mal Stahlträger. Okay, das ist zu steil. Straße. Oh. Kein Split. Sonst wär mir ja gleich alles gut da. So. 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 Das ist zu steil. So. 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 Ich sag nicht, dass es klappt. Okay, ich probiere es nochmal weiter runter, ohne den Budget nicht zu überbieten, aber ich glaube das wird richtig heavy. Das wird richtig, richtig heavy. Oh da, so jetzt. Nein! Das wusste ich doch, wusste ich doch. Boah! Nein! 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 Ich weiß es nicht. Ich werde mal schauen, wie ich das machen kann. Der muss ja nur zu den da vorne und dir einfach überspringen. Der hier wird das kleinste Problem werden. Da könnte ich ja hier so eine Straße bauen, zack zack. Und Stahlträger, zack eins, zack zwei. So, auch wie so, dass es halt springt. Ja, aber wieso werde ich das machen? So, ob das so hält. Oh, das war ein bisschen weiter. Ich glaube, ich mache das jetzt dann nochmal schnell fertig hier. Weil ich glaube, ich bin auf dem richtigen Dumpfer. Ne, ich brauche keinen Split. Sorry wegen Doppelklick. Okay, jetzt jetzt mal ein Stück hoch. Jetzt... Fall doch um! So, ein bisschen spitzer im Winkel. Noch ein bisschen spitzer? Aber jetzt... Ja! Oh, überm Budget. Aber wenn das die kleinste Sorge ist, die wir hier haben... Dann werden wir damit auch noch fertig. So, zum Beispiel. Ah, ich hab den rüber geschossen. Das gibt's doch nicht. Hab den voll rüber geschossen. Ach, jetzt schießt er den weg. Bam! Okay. Warte mal ein bisschen kürzer. Boah! Ne, müssen wir länger machen, damit er nicht so weit fliegt. Jetzt aber! Ah! Und dann Budget. Absalam! Fertig ist das Muster. Jetzt einfach hier. Ein Waller. Ein Polizeibag und der Nummer 1. Formel 1. Ein Ferrari. So. Das sind drei Etappen. Drei Stufen. Zack, Zack, Zack. Ah, der dritte muss unten in der zweite dahin. Der erste dahin. Na gut. Das will ich euch jetzt beim nächsten Mal erst zeigen. Ich hoffe euch hat die Folge gefallen. Dann wünsche ich euch schon mal viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschü tschü!